Hi, hier ist Tobi von Language Knowledge und in diesem Video sehen wir uns den Imperativ im Deutschen genauer an. Hierfür sehen wir uns zunächst an, wozu dieser verwendet wird. Anschließend sehen wir uns die Bildung genauer an und verdeutlichen diese wiederum an ein paar Beispielen. Und zu guter Letzt fasse ich dir noch einmal das zusammen, was du unbedingt aus diesem Video mitgenommen haben solltest. Doch wozu wird denn nun der Imperativ im Deutschen verwendet? Er wird dazu verwendet, um einen Befehl zu formulieren, was auch Befehlsform heißt. Zum Beispiel, hör mir jetzt zu. Wo wir nun wissen, wozu diese Zeit verwendet wird, sehen wir uns nun die Bildung genauer an. Diese ist an sich sehr einfach, denn im Singular steht das Wort in seinem Wortstamm und im Plural wird nur ein T an diesen Wortstamm angehängt. Wichtig ist hierbei, dass es diese Zeit nur in der zweiten Person Singular und Plural gibt. Sehen wir uns nun dies noch einmal an ein paar Beispielen genauer an. Zunächst das Wort Lernen. In der zweiten Person Singular Lern jetzt und in der zweiten Person Plural Lernt jetzt. Und nun ein unregelmäßiges Verb und zwar das Verb Laufen. Zunächst in der zweiten Person Singular Lauf schneller und nun in der zweiten Person Plural Lauft schneller. Doch was solltest du nun unbedingt aus diesem Video mitgenommen haben? Und zwar, dass der Imperativ dazu verwendet wird, um einen Befehl auszudrücken. Gebildet wird diese Zeit im Singular mittels dem Wortstamm und im Plural wird noch ein T an diesen Wortstamm angehängt. Vielen Dank, dass du dir das Video bis hierhin angesehen hast, doch eine Bitte hätte ich noch. Und zwar, da es unsere Vision ist, dir mit unseren Videos so schnell es nur geht weiterzuhelfen, benötigen wir dein Feedback. Was wir an unseren Videos noch besser machen können, in Form von einem Kommentar. Vielen Dank auch dafür.